So, herzlich willkommen zu Doom Eternal oder Eternal Doom. Ich vergesse immer, warum man das ausspricht. Ja, let's walk. Ich hoffe mal, die Map wird nicht genauso durchmischt, sag ich jetzt mal, wie die letzte Map. Sonst gibt es hier Kotzreiz am Spieß. Oh, das ist was ihr macht. Warum so leise? Schon besser. Doom Eternal Map 8. Yay. Und ja, ich weiß nicht, ich habe die letzte Folge falsch betitelt, also den Dateinnamen falsch eingegeben. Da war ich noch auf Map 6, obwohl das ja schon Map 7 war. Oh, ich habe die Map kaputt gemacht. Ich alleine habe die Macht, den Faschel anzuhalten. Schaut mich an, ihr Geister der Vergangenen. Zeit. Wie festgeist, was machen wir jetzt? Voll witzig. Wie ist denn nichts? Wow, wow, wow. boat treat. Geister der Flute? Wow. Boah, alter! Arschloch. Kommt er her? Was ist zur Hölle ist das? Oh komm. Vielleicht doch ein bisschen sehr laut. Die Musik war am Anfang zu leise. Deswegen dachte ich, mein Gott, wir sind zu leise eingestellt. Hier brauchen wir was gelbes, da hinten brauchen wir was blaues und hier brauchen wir gar nichts. Okay. Ich würde trotzdem gerne, dass mir die Typen hier alle liegen. Dankeschön. Boah, sind die auch Spielverdiener waren? Nein. Schlippleiter. What the fuck? War doch klar. Ah Mann ey. Oder? Okay. Gut. Guck euch mal den an. So stehe ich jeden Morgen auf. Erst mal reckeln und streckeln. Hehehe. Ahem. Ja, doch klar. Wow. Ein fucking Cyberdemon? Boah, alter! Wo ziehst du denn hin? Los schieß, jetzt! Oh Mann, Alter. Oh Mann, Alter. Ja, ja, ja. Boah, alter Tag. Mist! Äh, wir haben nicht gespeichert, oder? Ich schaffe dich. Warte, ist die Secret oder sowas nicht, ne? Hallo? Nein, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Kein Secret. Na gut. Dann einmal runterstellen. Oh. Bisschen drücken. Oh. Und wieder rausgehen. Oh. Bill. Oh Mann. Teil Soleil. Ah, nein. Ah, nein! Ah, nein! Ah, nein! Ah, nein! Ok Leck mich Ich kriege diese Treppe, Alter Bin ich grad schon wieder hier voll runtergeglittert Hä? Ist das schon tot? Boah, Alter Schon tot, lol So, muss ich hier mal speichern Siehst du sicher, dass du sicher sind, sicher zu sein? Nein, bin ich nicht Ach, deswegen, oh mein Gott Was? 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 Ah Dir, ich lege den, oder? Hallo? Mhm Okay. Wow. Was ist das hier für die Stelle? Man muss auf den Cyberdiener achten, man muss auf die Dinger achten, man muss auf alles achten. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, das wird so nichts. Ich geh jetzt mal raus. Also können Sie mal raus. Wo kommen denn die roten Viecher? Oder kommen die gar nicht mehr? Ne, die kommen gar nicht mehr. Oh doch, da kommt die. Ja, macht die fertig! Wow! Hallo! Hallo! Ich stoppe halt endlich! Hallo? Ne? Mann, du! Brauchen wir viel Schüsse dafür, ey! Alle anderen weg? Ne, Mann, du! Ja komm, schiech, 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 schiech! Jawoll! Perfekt! Genau so sollte das sein! Feuer frei! Freie Bahn, man macht die Paaren! Wuhu! Feuer, Frau, wow! Nicht auf mich! Wow! Ist man fertig? Ja, alle weg! Nice! Das heißt, er ist wieder auf mich gesehen. Das ist nicht ganz so nice. Das Schöne ist, ich kann ihn von hier aus relativ gut hier betreffen. Ich geh jetzt mal rein. Mal gucken, was hier noch so ist. Von hier kann ich damit besser zielen. Und dann muss ich ihn überhaupt killen? Ja, doch, ich muss ihn killen. Ah, ne, da links ist ne Tür. Vielleicht komme ich auch da auch so rein, ohne zu penetrieren. Da! Die Tür, die man da sieht. Ach, ne, es fehlt, es fehlt, es fehlt, es fehlt, es fehlt, es fehlt. Für was denn? Hä? Was hab ich getan? Er ist ja gut jetzt. Wo? 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 Oh, 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 oh. ja perfekt so muss das sein schön allergie fertig machen da habe ich weniger zu tun alle weg sieht so aus gut okay hab ich lust nur den kacko die man hier ist doch gleich wesentlich besser aha da ist noch ein shotgun da die mothafucker die die Oh ja! Wow! Hey! Wieso? Ich möchte den ja nicht treffen! Geht doch! Hm... Nee! Nachgeladen ist! Sehr schön! Ach, jetzt kann ich erst mal alles liegen hier! Was Munition angeht, sind wir relativ gut ausgestattet. Ähm, sobald wir brauchen hier rot. Wo muss ich jetzt lang? Da kommen wir nicht hoch, oder? Nee, da kommen wir nicht hoch. Da ist auch bloß Munition und ein bisschen... Ach, schau mal da an! Hallo? Oh! Oh, leck! Puta rommage! Oh! 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 Diese kacken Treppe, ey! Wurz ned da um. Fatser. Alter, ich hab auf dem... Nee, egal. 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 Ähm... Was steht da rum? Ha... Nu... Das Problem ist, der kommt nicht zu mir. Das hält, als ich muss zu denen laufen. Was? Das war da nehm? Mann, der kommt. Das war doch locker drüber. Raketen kann ich also mal wieder nicht benutzen. Aber wie soll ich so bitte schon so auf der Entfernung äh, treffen können? Lass mal, hab ich. Äh... Oh, leck mich doch am Arsch, Mann. Anvisieren kann ich mit der auch nicht. Oh, da bleibt ja bloß noch die... Der Raketen wäre verwidrig. Och Gott, Mann, ey! Äh... Äh... ... Hm... Ja, das war die falsche Waffe, ich weiß. Meine Fresse, Alter. Da war es eine Verschwemmung. Wo bist du jetzt lang? Bist du wieder zurück, oder was? Ich habe doch noch gar nichts bekommen. Außerdem kann ich gar nicht zurück. Bist du wieder zurück? Oh, ich habe doch runter. So, hat sich irgendetwas geöffnet? Ne, ne? Sag mal. Also, da oben ist ein gelber Kien. Fragst du, wie komme ich da ran? Ach, der Tzent ist auch noch ein Schalter. Ah, super. Aha. Leck mich. So, das heißt, der gelber Kiefer ist da hinten irgendwo. Ich halte die hier mal aus. Schaffe ich das auch hier mit? Ich habe doch gerade gar keinen Krach gemacht. War ich mich verarschen hier? Okay, das heißt also, wenn man sie nicht schafft, zu treffen, dann macht man aus irgendeinem Grund irgendwie Lärm. Und, äh, wow, hier wollte ich nicht hören. Danke dafür. So, gelb ist da. Oh, Mann, Alter. Ach, das ist ja auch noch wieder einer. Oh, nee. Irgendwo ist ein Cyberdemon. Wow, war ja voller Nebel. Hallo? Äh, äh, jetzt ruhig wieder 20 Schüsse hier, oder was? Arschloch. Wo ist das Cyberdemon? Ich habe Angst. Hier nicht. Hm. Ich könnte doch mal hier... Oh, was machst du denn da? Da doch selber. Ich könnte doch mal hier von Gebrauch machen. Ich weiß nur nicht, ob das was bringt. Ich lasse die erstmal. Ich mache den hier. Danke. Du schlumpfst hier schon mal das Waffenwechsel. Hinten, Alter. uah wut da komm her Ich bin der Fall. Oh, da geht's! Oh, da geht's! Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verletzt habe. Bom... Wir müssen uns die Bordelassen. da super könnte ich eigentlich alle geht es umbringen genau so ja perfekt genau so ja weil alle tot tatsächlich alle gestorben auf der 2 da kommt einer lebt danke doch nur noch zwei naja symmetrie wenn auf einer seite einer ist ist auf der seite auch immer noch einer ich kenne mich doch aus ihr habt das studiert habe ich doch so oh nein fuck außerdem habe ich die karte aufgesammelt na gut anderer seite sind Pfosten da kann ich mich ja verstecken hier hinter da das problem ist halt nur er kann die ganze Füße wieder beleben der hätte ich also erst mal rausglocken müssen doch wenn Ausweichen nicht geht dann gefällt die direkte Konfrontation die hilft bei diesen Archwell erstaunlich gut wenn man wirklich sehr nah an sie rankommt kann man sich immer direkt vorstellen und dann immer schießen aber es klappt zwar zum Glück meistens nicht immer und vor allen Dingen muss man wirklich nah an sie rankommen zwei Sachen die nicht immer gegeben sind leider aber hier hat es diesmal geklappt sehr schön sooo okay hier haben wir alles dann haben wir den blauen Key jetzt müssen wir dann wieder zurück zur anderen Seite lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Falsche Seite. Da dann. Das wäre mittlerweile auch echt viel Raketen. Ich muss also mal gucken, hier von Peinen zu setzen und von den Raketen Peinen zu setzen. Alles andere wäre Verschwendung. Ja gut, okay. Hier bringt es sich einfach viel. Oh Gott, wie das verzweigt. Ah, das, was wir von da hinten, vom Anfang der Map gesehen haben. Okay. Das sieht mir sowas von hart nach Falle aus. Ich weiß ja nicht. Oh ne, da geht es mal weiter. Okay. Dann ist das vielleicht doch keine Falle. Genau, vielleicht doch keine Falle. Ja, renn doch raus hier. Ja, leg mich doch am Arsch. Die hier wollte ich. Aber wisst du was, hier kommt, ganz ehrlich, wenn, 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 wenn. Äh. Äh. Sollte ich stillstehen? Digga! Okay, so kann man seine Sachen auch verschwenden. Aber okay, die restlichen noch nicht schon später. So, jetzt essen wir hier. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh shit. Wow. Oh! Oh oh. And it's going to be close to the wall, though. Das ist immer die Fähne. Das ist die Kaku-Demann. Es teleportiert sich einfach immer mehr rein. So, mehr kommt hier nicht. Achso, das letzte Ding hat jetzt das hier geöffnet, ne? Ja. What the fuck? Ah, you're fucking killing me. Wo war ein Cyberdemon? War eigentlich gerade ein Cyberdemon? Ich sehe mich gerade ein bisschen verwirrt. Hier war doch gerade ein Cyberdemon. Okay, alle anderen sind wahrscheinlich tot, außer die Spider-Mastermind. Oder der Spider-Mastermind. Keine Ahnung. Ja. Alle tot. Dann geht mal weg. Ist auch noch jemand da? Du hast jetzt sogar noch eine erste Menge scheinbar. Tschüss. Ach, leg mich. Gut, das heißt... Geist, klar... Ach, der Scheiße. Wo war hier nochmal was? Anna, du bist da. Sehr schön. Dich nehme ich mal mit. Wow! Geht das? Geht das? Das bringt sogar ganz gut was. Wisst du was? Bevor wir hier die ganze Rakete verschwenden? Jaaaay! Wuhu! Aber nicht so früh, Freunde. Wir haben noch fast 20 Gegner vor uns. Vor allen Dingen haben wir noch einen... Oh, klar. Hier kommt sie wieder durch. Wuhu! Ich komme ja auch durch. Hier hat jemand den Himmel an die Wand gemalt. Graffiti. Wandmalerei. Oh, hier ist ein Pfeil. Interessant. Was war das? Wer telepositiert sich nicht? Hoffentlich war der, der sich gerade teleportiert hat. Hier mein Kumpel und nicht irgendein Monster. Jetzt bin ich wieder hier. Ist aber ganz gut. Kann ich mir nicht mit der Munition, die überall rumliegt. Da. Stehen wir doch nicht im Weg rum. Ach ja, komme ich gar nicht raus. Oder? Ne, komme ich nicht. Wollte mal gucken, wo er mich hinführen wollte. Wir haben gerade eine rote Karte bekommen. Das heißt, wir können in die rote Tür rein. Ich hoffe selber, Demon. Oh mein Gott, was geht da schon wieder ab? Ähm, jetzt geht doch ein Feuer. Was nehme ich? Am besten dich hier. Der gute alte Tür auch so zuträgt. Ey, kommen die gar nicht rein? Doch, kommt sie. So war. Jawohl. Juhu. Oh mein Gott. Cyber Demon. Ich hasse Cyber Demon. Hilfe. Gut, erstmal, bevor wir da wieder reingehen, hole ich mir erstmal meine ganze Munitiones. Die hier überall verstreut liegt. Sag mal, spinne ich gerade oder hat das bei der Maßnahmen, äh, der Cyber Demon gerade alles ausgelöscht? Wir haben gerade nur noch vier Gegner. Und einer davon ist ja der, 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 äh, 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 hä? Der Cyber Demon selber. Geht's nicht weiter? Wir müssen in die andere Tür rein, äh, also einmal da. Nee. Da rein. So, hier waren nämlich die ganzen Raketen. Genau. Sehr schön. War da sonst noch was rum? Ich glaube ja. Aber ich weiß nicht mehr, wie viel. Nee, mehr war hier nicht. Ah, okay. Na gut, das heißt, wir haben wieder ein paar Raketen aufgesammelt. Oh, es fehlt gerade noch eine ähnliche Rakete. Das ist gut. Das gefällt mir tatsächlich sehr. Äh, die haben wir jetzt auch wieder. Ich filme gerade mal sechs Stück. Das geht auch wunderbar. Von daher. Haben wir tatsächlich wieder fast alles an Munition wieder aufgesammelt. Das ist schön. Dann können wir uns jetzt mit dem Cyber Demon abgeben, wo auch immer der noch mal war. War er hier? Ja, doch, ne? Ach, nee. Ich weiß nicht, wo er war. Aber hier kommen wir dahin. So. Na, hallo? Gut. Gut. Gut, er hat da gefallen. Ich hoffe, dass ich noch einen Schalter durchdrücken kann, und der verschwindet einfach. Äh, was ist denn das hier? Ich hab' ihn umrundet, ich hab' ihn umrundet, ich hab' ihn umrundet, der muss gehen mit euch ab. Und das ist ja auch ein Secret. Ein Secret ist wie Wald? Hä? Gleich am Anfang? Lol. Ja? Muss ich zwar öfters mal neu laden, aber gut. Passiert halt. Wir spielen halt auf Ultra-Violence, und das auf einer MIP, die ich nicht kenne. Sollte man eigentlich nie machen, ne? Aber gut. Ich mag's ja irgendwie ein bisschen nicht wirklich. Ist ja eigentlich scheiße. Ist eigentlich mehr Wachen und Dreck. Ich will nicht mehr leben. Okay. In dem Sinne. Schauen wir's vor.